da war doch was mit fisch keine ahnung immer zum kuhl mal vor ich die fassung verliere brennend heiße würstelstand sofern dem heimatland das kieber da war drin genau da war er nicht drin mensch bin ich habe ich ja verwechselt war ja gar nicht der gullum oder was muss ich für ein gullum machen ja doch gullum habe ich feuerbrandwein was wollte eigentlich der andere das rindvieh da auch so einfach nur den leuchtturm ich bringe schon alles durcheinander naja es waren auch so viele quests auf nüchternmagen ich sehe habt ihr den wein ja ja leider kein weib und keinen gesang wir wollen ja nicht dass der käufer ungeduldig wird und sich anderweitig um sieht nicht wahr ja immer zwei eier in der pfanne und zwei pfannen am feuer irgendwas muss ich euch ja für die waren geben gibt mir einen sack gold keineswegs ich betrachte das als investition in eine verlängerung meines lebens sehr schlau ich sage euch alles was ich über gut golden glanz weiß was wäre das frau angesprochen die mich als schwarzes händchen gewöhnlicher sehnschein winziger sehnschein sie hat mir einen großen sack gold ins gesicht gehalten und sagte dass ich nichts tun müsste als aringot für das gut zu bezahlen für einen sack gold durch alles das geld gebracht und dafür ihr exemplar der besitz urkunde bekommen verstehe hat sie gesagt warum sie das getan hat ich stelle in der regel auch nicht viele fragen wenn ich beruflich unterwegs bin ich schau der das versteht der zauberdrang hinten steckt nicht mehr so schön allerdings ist mir aufgefallen dass er daran genuckelt war und zwar auf mercer frei das war es nicht mal ein namen geschäft wusste ich ja dass er nichts weiß wer wir sind wird dadurch bestimmt wie viel geld wir bei uns haben lispelnde agonia ich glaube dass sie lügt mehr weiß ich nicht ich habe nie versprochen alle antworten zu haben da unsere transaktion beendet ist werde ich jetzt auf den weg machen sagt träger scheint immer mehr zu tun zu geben dann schatten wir mal ich freue mich dass ihr euch entschlossen hat bei uns vorbeizuschauen jetzt fühlt er sich unbeobachtet recht schlau ist er nicht auch nicht zu erwarten wo ist er denn alt zu sein ist gar nicht so übel meine tochter gibt mir zu essen und arbeiten muss ich auch nicht mehr und die windeln wechselt sie dir auch oder wie wir können doch sicher den ein oder anderen nein nix wird entbehrt oh schaut ihr das schwert an ist das zwergisch alles in ordnung ich bin gerade am beschatten siehst du das nicht dazu müssen wir schleichen spät haben wir es eigentlich schon zu spät er schaut sich gar nicht um sich seiner sache sicher es wäre eigentlich besser wenn es noch später wäre dann wer nacht und ich könnte besser beschatten steckt heißt das jetzt dass mich er nicht sieht oder dass mich keiner sieht glaube ich keiner sieht mich es gilt für alle symbol versteckt entdeckt versteckt entdeckt das geht aber achterbahnfahrt hier der geht sicher zur könig kaiserlichen handelsgesellschaft gsbh und co kg da haben wir eine schöne mühle die habe ich auch noch nicht entdeckt so was da sind die stelle die wache sich anders überlegt ich habe kein problem mit zerstörung magie aber dass die häuser kathlas hof kathlas straß nicht salami meister er ist kathlas das ist doch auch sein wurscht fabrikant oder keine ahnung wow schaut ihr das an die kulisse da klappt die kinnlade sage ich dir wirklich hübsch sehr hübsch die schwalben fliegen tief wird gleich regnen glaube ich jeder geht gar nicht da zur handelsgesellschaft oder vielleicht ist das der eingang vielleicht sollte ich gar nicht schleichen es sei dir Doria wenn ich wieder gar nicht stehlen wenn ich mit dir reden ich bin so ein guter taschendieb ich stehle hier sogar die damenbinde unterm leib weg ohne dass es merkt lagerhaus der ostkaiserlichen die ostkaiserlichen liegen aber von uns aus gesehen im westen oder? findet sich jetzt an einem besseren ort denn gibt es einen besseren ort als Sovengarde? das weiß ich nicht ich war noch nie da Sovengarde oh Gott muss ich da jetzt einbrechen ist aber schlecht die das sehen ich will ja nicht die ganzen Wachen gegen mich aufbringen oh was ist denn das? ist das Drachenrüstung oder? Schuppenrüstung Drachenschuppenrüstung ist immer noch versteckt oh schau dir die Höhle an geil Stalaktiten und Stalagmiten war schon immer ein Fan von den Stalaktiten hier frag mich nicht warum ah die Ziege was ist mit der Ziege los? ist die tollwütig oder was? die nimmt mich gleich aufs Horn so jetzt gehen wir dem nach hier was? hey jetzt gehört ihr mir wieso? was hast du gegen mich? wieso kämpft die gegen mich? hat nichts getan die kann sich heilen oh das kam jetzt ein bisschen überraschend durchsuchen das geht gar nicht hin Zaubertrank nehme ich natürlich mit was ist er denn jetzt hin? da lang oh da lang ist da eine Wache oder ist da die Fackel von allein angegangen? ne der zündet die Fackeln an im vorbeigehen nur damit er mich ärgert was war das? nix nix shit er investigiert ich war sicher ich hätte den ne ne alles Hirngespinste wieder rechts mir aber wer zaubert denn da? ist das sie? die Löwin? wieso treffe ich den nicht? naja lass mich vorbei du solltest nicht mit den Feuerbällen hier rumspielen jetzt werden wir hier ein Problem bekommen was ist denn das? edle Kleidung schaust du dich denn so um? was ist da noch mehr? wo sind wir jetzt hin? da lang? was haben wir denn hier? interessante Dinge da hätte ich schleichen können ja jetzt ist es zu spät egal oh shit gleich zwei ich verliere den noch bleib nicht auf ja sieh ist das nein nicht heilen wow was war ein Hebe diese Wachen stellen sie ah die verwendet meinen Stab den hätte ich ihr nicht geben sollen au ey die Fackel ist runtergepurzelt starken Heilung die sind ja ein Quell der Heiltränke oh Gott sie steckt fest steckst du fest? jetzt ist sie raus teleportiert das ist gut da ist sie wir sind eher hin nach unten gibt es denn das? der ist da lang ach so was ich steck fest da geht's nicht lang da bin ich schon geduckt was sind ja jetzt hin marschiert hier lang in die salzwassergrotte eine feuchte salzwassergrotte bisschen salzig sind diese grotten immer oder vor allem die feuchten ich soll ihnen zur rede stellen für was habe ich dann jetzt wenn ich denn da jetzt nachgehe ah ok Morgensstern die singen lange sie singen besteht keine gefahr man singt da lass dich nieder ist das ja nicht füße menschen haben keine glieder holt sich was man will und geht wieder ich werde dir mal einen pfeil reinschießen den arsch wo ist denn man? da ist er ich dachte schon ok ok das war's schon mit den pfeilen feuerball oder feuerblitz was war das jetzt hab's vergessen oh shit scheiße das war der falsche ok sorry mitten im Satz abgeschnitten sorry Löwin war gute Arbeit muss ich dir lassen Zwergenpfeiler lass ich dir drinstecken als Andenken da war doch noch einer ist der da? muss ich schon nach tauchen nach den Leichnamen hey was haben wir denn da? höchste Ausdauer Stärke brauche ich nicht ich habe mich eigentlich hier gar nicht umgesehen ich bin hier in der Handels Karawane oh hey du hast den Goldbahn runtergeschmissen pass doch auf ich bin hier in der Handels Karawane und schaue gar nicht ob es hier Loot gibt Mensch das ist vielleicht nachlässig Amalette von Julianus hat dir nicht geholfen mein Freund solltest dir denn im nächsten Leben einen anderen Gott suchen glaube ich ah da haben wir ja was wie komme ich denn da rauf hüpfen scheiße so ja ist er ein Geheimgang ein Geheimgang ich hasse ich hasse es wenn sie spucken die spucken ah diese Insekten hä was die kämpft wenigstens nicht wie der Fahrgast der schaut immer nur doof ich will jetzt nicht schlecht über ihn reden er ist ja leider schon von uns gegangen los mach ihn nieder zwar immer wieder es gibt ja zu helfen wow so auf einen streich sieht man auch nicht alle Tage du hast einen schönen Hula Reifen jetzt rund einen Eishula die e die we okay Vielen Dank.